Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde zu Cultures, der Entdeckung Vinland. Ja, wir sind dabei, unsere Armee aufzubauen. Also, wir sind in der vorletzten Mission, oder vielleicht sogar letzten Mission, je nachdem, keine Ahnung. Ah, ich kann wieder Speed anmachen übrigens. Und dann gucken wir mal. Wir müssen weiter Bogenschützen ausbilden. Wir werden meine drei fleißigen Träger Gold in die Kaserne bringen. Haben wir den letzten jetzt gerade mit Pia ausgerüstet? Nein, du hast kein Bier. Äh, Bier. So, du hast Bier, du hast Bier. Du hast Bier. Ja, Will. Ja. Kinder kommen. So, du hast Bier, du hast Bier, du hast Bier. So, drei Stück haben wir noch. Das Gold für sie kommt. Hier drüben klappt auch noch alles. Ja. Unser Träger ist auf Parno kann trainiert werden, das ist auch gut. So, dich zum Bogenschützen machen, kannst du sie alle verlassen. Du bringst Schuhe. Oh, wie sieht's eigentlich aus? Arbeitet unser Schuss da gerade? Ja, der arbeitet. Okay. Wir haben ja eh genug Leder. So, sechs Goldparen, also zwei Fuhren brauchen wir noch ein Goldparen. Und ja, dann geht's daran, Schwertkämpfer auszubilden. Ich hab halt keine Ahnung, was uns hinter diesen Türmen erwarten wird. Ich denk mal nur, dass Gold kein Problem sein dürfte. Also, noch haben wir hier genug Goldnuggets und ich hoffe mal, wir haben auch noch... Oh Gott. Also ja, Holz könnte ein Problemchen werden. Ich hab keinen Bauarbeiter mehr zur Zeit, gell? Nein. Ich bräuchte dringend ein Holzfäderzelt noch. Holzfäder. 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 Hier. Und ja. Nicht Alf, sondern... Sven. Gehen wir zum Bauarbeiter. Jäger-Shell steht schon lange leer. Ja. Ist halber halb so wild. Ja, weh. So, die Leute. Die nächste Ladung wird erwachsen. Ja. 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 Wir brauchen wieder mehr Pilz. Ja. Ja. Du bist Erfahrung und kannst trainiert werden. Okay. Ja. so ein baby müssten wir noch haben nein jetzt nicht mehr so und dann können wir anfangen mit schwertkämpfern die ausrüsten schwertkämpfer schwertkämpfer noch mehr schwertkämpfer so und sobald wir ungefähr die hälfte von ihnen fertig ausgebildet haben kommt die nächste fuhre mal wie schön es doch wäre wenn das holz nachwachsen würde so da kommt die nächste gold fuhr schmerz mal wieder eisen ein das geht dann doch langsam alle du kannst wieder deinen händler aufgaben nachgehen unsere ersten fünf schwertkämpfer sind fertig gut dann fangen wir mal wieder an mit unseren damen dass sie kinder kriegen ja 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 pudge ja So, mein Farmer kann trainiert werden, mal wieder. So, mein Farmer kann trainiert werden, gut. So, mein Farmer kann trainiert werden, gut. So, mein Farmer kann trainieren, gut. So, drei Stück haben wir noch. Das sind also nochmal zwölf, also vier Ladungen. So, mein Farmer kann trainieren. So, mein Farmer kann trainieren, gut. So, mein Farmer kann trainieren. So, mein Farmer kann trainieren. So, wieder genug Gold für den nächsten. Und ja, ich glaube mal so. So, wenn ich 20 Schwertkämpfer, 20 Bogenschützen habe, dann greife ich mal die Türme an. So, einer fehlt noch. So, mein Farmer kann trainieren. 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 So, meinsther Africa-ensible никогда.